Willkommen zurück Zwergenfreund. So das erste was ich gerne beheben möchte ist meine Kohleproduktion und zwar gucken wir mal. Da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt was man da machen kann und man kann da statt Holzkohle die ganze Zeit herzustellen wie so ein verrückter was ich nämlich immer mache kann man einfach Coke herstellen und Coke wird aus diesem Bituminous Zeug hergestellt. Genau Bituminous Coal davon habe ich nämlich unendlich viel und aus jedem einzelnen werden 8 Coke beziehungsweise 9 und man braucht 1 zum verbrennen das heißt summa summarum bleibt dann 8 Brennstoff übrig und das Lignite kann man genau dasselbe herstellen da kann auch Coke herstellen ich glaube da ist auch 1 zu 9 ich bin nicht ganz sicher aber ich habe da so viele davon weil ich das ausgegraben habe dann kann ich das einfach benutzen und fertig überhaupt keine Holzkohle mehr herstellen das ist einfach verrückt dass ich so viel herstelle wird allerdings Smelter belegen aber die Smelter haben aktuell sowieso nicht so viel zu tun hier das ist ja wobei die schmelzen Metallobjekte dann würde ich hier einfach noch was hinbauen und dann würde ich halt Coke herstellen vielleicht sogar nicht hier weil hier ist ja Holz Verarbeitung dann würde ich erstmal die Aufträge für Charcoal komplett rausnehmen dass ich mal Holz ansammle weil ich immer das gesamte Holz verbrenne nur um Holzkohle herzustellen ich glaube ich habe sogar noch irgendwo ein Woodfern ist aber das wäre mal der Plan das zu machen hier dieses Charcoal das kann da mal raus so bin ich da schon mal los habe ich es noch irgendwo drin das wäre die nächste Frage nein habe ich nicht okay jetzt ist natürlich hier die gesamte Metallverarbeitung das ist natürlich eine etwas blöde Position weil es noch ziemlich weit oben ist also komplette Metallverarbeitung könnte auch ein bisschen weiter runter hier habe ich sogar dieses Lignite rumliegen eigentlich hätte ich das die ganze Zeit benutzen können vielleicht mache ich das sogar hier dass ich hier das in den Stockball halt reinfräse jetzt muss ich erstmal hier die gucken dass die Aufträge weg sind dass ich bitte keine hier unten das ist einfach Wahnsinn ich habe halt vier Stück die sind alle am ackern und verbrennen die ganze Zeit mein Holz deswegen habe ich kein Holz logischerweise ich wusste ja dass ich das Holz verbrenne aber ich komme halt einfach überhaupt nicht weiter mit dieser Strategie deswegen hatte ich einfach mal nachgeguckt was ich da machen kann so vielleicht kann ich dann sogar noch Smelter hier oben hin bauen dann könnte ich auch gucken dass ich hier unten nur diese beiden Materialien sammle das ist sogar ein Woodstock Ball okay also custom erstmal non und jetzt ist die Frage was ist das ich glaube das sind einfach nur Bars oder oder sind das bestimmt Bars ja Coal ist die Frage ob das schon also Lignite will ich nicht dazu zählen das ist ja ein Stein nehme ich an hier Lignite erlaube ich da drauf wo ist das hier erlaube ich und dann würde das alles da drauf gelagert das ist natürlich das was reingesteckt wird und Coke ist das was ich raus haben will und Coke müsste ich dann auch noch irgendwo lagern und am besten hier in der Nähe dann mache ich hier einen Stockpile mit Coke hin auch wenn der klein ist dann gucke ich einfach wie es läuft das ist halt nicht ganz so strategisch gut dass das hier oben ist ich könnte natürlich überlegen ob ich hier noch was ausgrabe aber ich gucke jetzt erstmal ich fange jetzt erstmal an so kann ja ruhig erstmal so anfangen jetzt habe ich jetzt weiß ich nicht was das ist zählt das zu Bars und Blocks und schon nicht Bars Other Material nein ich weiß auch nicht ob ob die Coal da landet ob das jetzt ein Bar ist ich denke mal Coke ist noch was eigenes oder aber Coke Stone ist es ja auch nicht ja nein metal ore ist es ja auch nicht ja jetzt ist die Frage was das genau ist also zu Holz wird das nicht zählen ich gucke trotzdem mal nach Coffee Trees ja was könnte das sein Stone ist es nicht Furniture ist es nicht Coins Cloth Bars ich würde es eigentlich je erwarten ja wo ist Coke oder zählt das als Coal das könnte sein dass es einfach Coal ist ja ja das ist das Ergebnis was da rauskommt ja dann packe ich hier Coal hin dann ist dem bestimmt auch egal ob das Charcoal ist oder irgendwas anderes die packen wir es einfach da hin ja dann nehme ich das hier wieder runter so so bei Economic also das kommt halt rein die beiden werden da gesammelt auf dem Stockball der ist natürlich relativ groß wo bin ich jetzt gelandet so ich könnte natürlich auch überlegen diesen Stockball hier zu halbieren also für Input Material dass es die eine Hälfte ist und Kohle die andere Hälfte vielleicht mache ich lieber das ja machen wir lieber das also das hier wobei ein bisschen Kohle hier lagern ist auch nicht schlecht dann ist das schön da an diesen Workshops dran wobei die hier oben das natürlich auch wieder brauchen dann brauche ich Smelter aber Select Material ja also ein Smelter Mudstorm Blocks perfekt ist natürlich auch die Frage wie viel ich hiervon brauche also ich jetzt habe ich hier drei aber ich will jetzt ein bisschen zu Rande kommen ehrlich gesagt also Furnace Mudstorm okay diesen Stockball hier mache ich kleiner jetzt können sie das hier unten jetzt meinst du wahrscheinlich gleich wieder weg machen wir auf die rechte Seite Input und hier Output so Accept und dann mache ich hier noch Kohle hin Kohle so jetzt könnte ich natürlich noch einstellen dass dieser dieser Stockpile hier soll an diesen hier geben und selber soll er von überall nehmen so der hier gibt an den hier also das ist ungefähr die geringste Entfernungsansparung die ich im gesamten Spiel habe aber ist ja okay so dann kann der nämlich weiter Metallobjekte schmelzen ich weiß gar nicht wie der das macht ich glaube wenn der Manager Aufträge bekommt für Coke herstellen was er einen Smelter braucht und dann Melt Metal Object dann teilt er das halt auf aber da kann ich mit leben der kann das ja leider nicht das dann killen sieht fast genauso aus wie der Smelter naja nicht ganz aber ja die Wood Furnace kann ich die deaktivieren vielleicht ich könnte die abbauen weil so viele brauche ich dann auf gar keinen Fall dann baue ich die hier auf jeden Fall wieder ab so in der Hoffnung dass ich dann sehr viel mehr Holz spare und vor allen Dingen auch Holz gewinne so muss ich noch irgendwas bedenken oh ja ich muss Aufträge einstellen und zwar genau zwei Stück einmal von dem hier und zwar möchte ich gerne Make Coke from Lignite Two Shops Max ah ja hier kann man das einstellen hm da habe ich vorher immer wild drauf umgeklickt aber okay da kann man auch noch das einstellen vielleicht sollte man mal ein Video dazu machen und erklären wie diese ganze Logik hier funktioniert okay Amount of Coke das sollte ich auf jeden Fall haben so eine Bedingung also wenn ich weniger als 100 Coke habe dann möchte ich welche herstellen ich glaube ich kann sowieso nichts anderes aus diesem Lignite und so machen aber ja ich stelle da trotzdem Bedingungen ein dann Lignite ist größer als machen wir ruhig mal 40 dann stelle ich auch 40 hier Refined Coal ne der soll einfach Coke herstellen das ist vollkommen okay wenn er genügend äh Lignite hat und genügend äh nicht genügend Coke dann stellt das her so und das ist 140 und die Anzahl würde ich auch hoch setzen und zwar 50 oder sollte ich das auch auf 100 setzen einfach so dann kommt der nächste nehm ich das hier da muss ich mal gucken ähm ich denke mal das wird auch in Bins gelagert das heißt das braucht dann gar nicht so viel Platz aber ja habe ich einen Vorrat von 100 so Coke jetzt weiß ich nicht mehr was ich eingestellt habe also hier kann ich ja einstellen das hat auch 40 oder so übrig behält und weniger als 50 so also 50 40 hier habe ich ach so 140 okay gut dann sollte das jetzt gleich hier anlaufen und ja der kann ja Metal Objects herstellen soll ich den beschränken auf zwei also dass der nie mehr als zwei Workshops benutzt um Metallobjekte zu schmelzen wobei letztendlich ist es auch egal dann soll er halt die mitschen nutzen das habe ich jetzt nicht das riesen Problem damit Hauptsache er nutzt diese hier jetzt erstmal nicht mehr oder die muss ich zwischendurch mal achso ihr nehmt die Sachen da raus das ist okay die Kohle packen sie jetzt hier schon hin wie sieht es aus mit Bins ja jetzt steht auf Max Bins 30 also der lagert das an den Bins nehme ich jetzt mal ganz stark an was ist das hier eigentlich Gips naja ja so der baut den Shop schon auf da muss ich nur darauf achten dass da jemand auch dann gleich hingeht jetzt dauert das natürlich ein bisschen bis der Manager das gemacht hat aber ja Mudstone sieht aus wie diese Eisendinger vorher also fast sieht auch ganz gut aus so Exlord ja Steelbar es kommt Leute es kommt geduldet euch ein bisschen bis die hier oben anfangen ich kann ja schon mal anfangen mit machen wir einmal wenn die dann da hinkommen dann sehe ich direkt dass es jemand gibt der das macht ich denke mal das ist einfach jemand der einen Smelter bedient der rennt jetzt schon los ne der hat einfach eine Kohle drin gemacht ne sind ein paar mit schlechter Laune da muss ich mich auch mal drum kümmern also etwas intensiver als gar nicht ah die stellen hier Bins hin schön dann werden auch neue Bins wieder nachproduziert und mein Holzlager wird hoffentlich auch mal irgendwann gefüllt ach oh Seven dann danke für den Follow Basilisk GR ja einen wunderschönen guten Abend ich habe gar nicht damit gerechnet dass jemand zuguckt ehrlich gesagt jetzt war ich richtig erschrocken hier gehts wie stehts hier gehts wie stehts so lagert ihr da jetzt schon was ein ich glaube man hört den Sound nicht im Stream also bei mir bimmelt das so wenn jemand followt aber das hört man nicht im Stream aber das bimmelt ist relativ laut muss ah ja ja so kurz vor Ende des Jahres ist muss ja diesmal spiele ich keinen EVE vier Stunden oder fünf Stunden vor Jahreswechsel ja letztes mal habe ich da die Domi verloren wobei das war 2020 schön um 21 Uhr kurz bevor ich aufgehen wollte habe ich das Ding verloren richtig gut so Melt Metal Object ja vielleicht steht das doch da ein mit dem na der sch hat er jetzt überall die Aufträge reingepackt hier Melt Metal Object das stelle ich jetzt mal runter auf maximal zwei Shops vielleicht brauche ich ihm einfach noch mehr von diesen dann haben die Leute was zu tun dann sind die dann sind die beschäftigt am Arbeit ich kann ja immer noch reduzieren später smelter keep on building auf geht's und in dieser dunklen Stunde stelle ich fest dass meine Räume ein Stückchen zu klein sind also im einen Feld zu klein weil genau da dann kein Shop hinpasst wobei äh wenn dann ein Gang dazwischen ist dann passt das ja wieder im Grunde da wäre es hier noch äh ein Feld zu breit so du machst schon was also Metal Object hier der hat schon Coke hier drin wo kommt denn diese Coke her oder dieses Coke ist ja Koks oh der Klempner was machst du denn hier du baust das auf ah ja die Kids haben schon alle die Knaller verballert das finde ich gut hier sind sie auch draußen die ganze Zeit an Böllern das habe ich sonst nie so gesehen dass Familien um 18 Uhr äh draußen standen mit ihren kleinen Kindern aber anscheinend ist das jetzt neu also zum Teil schmelze ich hier Items ein weil ähm weil ich einfach zu viel habe vor allen Dingen die ganzen Goblins die ich hier gefangen habe die haben ja ihre Kupferrüstung und sowas dabei das schmelze ich alles ein ich habe halt so viele Metallobjekte dadurch ja das schmelze ich alles ein und da muss ich mal gucken was ich mit dem Kupfer mache die Steel Battle Axes will ich auch einschmelzen also ich habe so einen Meisterschmied also so einen legendären Oberschmied der macht mir Steel Battle Axes und der macht meisterhafte Qualität aber der macht auch relativ viele die nur Superior sind also nur in Anführungszeichen und ich will halt nur die Meisterhafte das heißt ich schmelze die immer wieder ein bis halt Meisterhafte übrig sind jetzt habe ich so 10 Meisterhafte Steel Battle Axes und die anderen schmelze ich halt wieder ein ja ja dass ich einfach nur noch die Besten habe das ist so die Strategie aber die baue ich jetzt gerade da habe ich auch eben gerade ein YouTube Video dazu gemacht die baue ich gerade weil ich das Problem hatte ich habe hier vier Wood for Harnesses aufgebaut hier habe ich die wieder abgebaut aber ich hatte vier Stück die die ganze Zeit nur Holzkohle hergestellt haben und damit hatte ich das Problem dass ich überhaupt kein Holz hatte die ganze Zeit auch wenn ich die ganze Zeit Holz also Bäume gefällt habe Holz gefällt ich habe Bäume gefällt oder meine Zwerge und jetzt habe ich mal nachgeguckt was man da machen kann und zwar kann man halt Koks herstellen also Coke und mit dem das Coke das wird halt aus diesem Limonite hergestellt und aus diesem wie heißt das Zeug dieses Bitumenhaltige dieses Bitumenus Coal Bitumenus Coal und daraus kann man halt Coke herstellen und aus diesem Bitumenus Coal aus einem so einem Ding kommen neun kommt neun Coke raus damit sind meine Kohle Probleme dann gelöst ja Magma Smelter ist natürlich auch ne Idee aber Magma ist ja noch tiefer als die Kevins ich habe jetzt die Kevins angebohrt ähm also da bin ich jetzt praktisch äh da hab ich zuletzt aufgehört die hab ich jetzt angebohrt aber Magma ist ja noch ein ganzes Stück tiefer also man kann natürlich Glück haben und hier irgendwo Magma finden aber an sich ist Magma noch weit tiefer wenn ich das richtig in Erinnerung habe aber ja dann bräuchte man Magma Smelter oder auch mehrere das ginge natürlich aber jetzt möchte ich erstmal mein Kohle Problem kurzfristig lösen sag ich mal weil ich schon die ganze Zeit immer mein Holz verbrenne und ich habe einfach überhaupt kein Holzverrat und ich möchte hier ist auch noch ein Woodstockball komplett leer dass hier überhaupt ein bisschen was drauf liegt ist schon ein Wunder ich meine die haben die ganze Zeit durchgebrannt diese vier Workshops diese Wood Furnaces Elfen kommen hier überhaupt nicht vorbei bei mir ich hatte noch keine einzige Elfen-Karawane also ist es okay für mich so der König möchte mal wieder was der möchte Tische die kann ich jetzt aus dem zurückgehaltenen Holz herstellen so dann bauen wir mal drei Tische zack Problem gelöst aber hier mit den mit den Smeltern das wird schon gut weil ich habe dieses dieses Lignite was halt dafür benutzt werden kann für Coke habe ich hier überall rumliegen ich benutze das halt nicht und daraus kann man halt genau Coke herstellen und das ist glaube ich der Anwendungsfall Make Coke from Lignite Furniture geht noch im Building aber prinzipiell habe ich so viel von dem Zeug also hast du ja eben gerade gesehen bei Socks also jedes Mal bin ich drauf gelegt das halt relativ lange ich habe da so viel im Grunde habe ich überhaupt kein Kohle Problem ich muss es nur mal nutzen also mal das Gehirn benutzen ja genau man macht eh nichts anderes damit und mein Holz kann ich dann für wichtige Dinge aufsparen das ist so jetzt meine Überlegung ja hätte ich eher drauf kommen können aber ist okay ich habe schön die ganze Zeit das Holz verbrannt ja das hatte schon irgendwas achso Melt Metal Object das mache ich jetzt nur noch zwei hier dieses Melt Metal Object nehme ich dann raus dann kann der Manager der Vater das jetzt nur noch an zwei Workshops dann machen die jetzt hier gleich Coke bisschen haben sie schon hergestellt ihr könnt ihr noch ein paar mehr Bins da reinstecken aber ich habe so einen automatischen Auftrag also ich habe sehr viele automatische Aufträge der müsste mir eigentlich immer wieder neue Bins herstellen ich kann ja mal gerade gucken ich stelle halt immer zehn her und wenn die zehn dann weg sind und die sind ja sehr schnell weg immer wenn ich einen neuen Stockpile mache dann packen die halt erstmal ein paar Bins da drauf dann müsste der Auftrag wieder auslösen ja ja noch 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 nicht also hat er gerade genügend Bins ich habe unten so einen Stockpile ja genau Holz nur für Betten und ein paar Bins also Betten kann man ja wirklich auch nur aus Holz bauen es gibt ja leider keine Steinbetten so jetzt kommt hier vielleicht mal irgendwas ja ich meine so Tische und so baue ich auch daraus könnte ich natürlich auch alles aus Steinen herstellen guck mal du nimmst jetzt Holz weg MacBootenCage für Käfige benutze ich auch achso die Bins sind nicht immer empfehlenswert weil die so gemischt sind ne da packen die alles rein habe ich auch schon gemerkt das sieht doch jetzt erstmal hier ganz gut aus hier das ist ja mein Oberschmied Hi Master Blacksmith ist er und der sollte mir die ganze Zeit diese Steel Battle Axes herstellen ja zum Beispiel die hier die ist jetzt nicht nicht meisterhaft die würde ich dann halt wieder einschmerzen kann ich direkt markieren und der benutzt sogar schon Coke sehr gut und jetzt bekomme ich vielleicht mal ein bisschen Holz hoffe ich muss ich hier noch mehr abholzen jetzt habe ich wahrscheinlich hier liegt noch relativ viel Holz rum relativ es geht ich hoffe ja dass sich meine Lager jetzt langsam füllen hier habe ich überall abgeholzt wir im frühen Herbst ich kann weiter abholzen bitte erschlagt euch nicht liebe Zwerge und dann gucke ich mal dass da mal ein bisschen Holz rumkommt hier ist das auch noch alles designiert zum abholzen der Wald ist da oben eh zu dicht so kann ich irgendwie verhindern dass sich die Zwerge mit den Bäumen erschlagen also bei einem Holzfällen selbst erschlagen ich dachte ja immer die da fällt einfach nur ein Ast auf den Kopf drauf von einem anderen Baum aber das ist überhaupt nicht der Fall anscheinend also zumindest nicht dass es mir bewusst wäre ein paar Pflanzen könnte auch noch sammeln wenn man Lust hat achso wenn nur einer fällt ich hatte einen Zwerg der hat alleine gefällt und hat trotzdem den abbekommen also ich hätte zumindest keinen anderen gesehen der da stand die Leiche wurde auch erst später entdeckt weil der sich halt alleine umgebracht hat das kann natürlich passieren dass ein dass man einen Baum fällt und daneben steht noch ein anderer Baum und dann fällt von dem ersten Baum den man fällt fällt ein Ast auf den Baum drauf auf den zweiten und wenn man den zweiten dann fällt dann fällt der Ast halt runter und fällt dann auf den Zwerg ja genau der kann in einen anderen Baum reinfallen das ist halt blöd das ist halt schwierig als Spieler zu überblicken sag ich mal das ist halt schwierig zu überblicken was soll man da machen so ansonsten wie sieht das hier aus das sieht ja eigentlich ganz gut hier könnte ich so Ballista oder sowas hinstellen falls hier Monster durchkommt könnte ich hier Verteidigungsanlagen machen oder mache ich das ja ich glaube ich mache hier so eine letzte Verteidigungslinie mit einer Ballista noch hin hm vielleicht hier so? geht das? also wenn ich hier Ballista hinstelle treffen sich Ballista gegenseitig selbst oh man kann das sogar unter Fallen stellen oder was? oder auffallen ich glaube das versuche ich mal mit Ballista oh ich habe nicht genügend von dem Holz vielleicht klappt das ja also wenn hier ein Monster rauskommt dass ich dann mit einer Ballista schieße vielleicht kriege ich das hin das ist der Weg natürlich immer noch nicht so richtig optimal hier könnte man natürlich auch noch eine Ballista hinstellen ich weiß nicht ob man einen Monster trifft während das die Treppe hoch läuft ich hätte vielleicht insgesamt mehr so Schlangenlinien bauen sollen wie ich das weiter unten gemacht habe also sowas hier dass man hier so dass es aus der Klappe rauskommt also aus dem Hedgecover dann hier rüber laufen muss dann kann man es beschießen während das hier rüber läuft aber hier wäre so eine Kampfzone und hier unten müsste ich mal mein Militär dann hinschicken und zumindest gucken so wie mache ich das jetzt ne die Ballista kann man später drehen also die wird hingestellt und dann kann man die drehen achso stimmt du siehst hier oben Capital jetzt sehe ich das der König sitzt auch bei mir der Onkel Stu ist der König ja genau aber in die in die Caves dann würde ich jetzt hier Truppen platzieren und dann würde ich da unten graben und Blocks hinstellen und überhaupt also das wäre so meine Theorie vielleicht mache ich sogar so Stockpiles mit Blocks vorher hier hin ja ich denke das mache ich auch also dass ich möglichst nah schon Blocks habe und dann mauer ich mir meistens so einen kleinen Bereich ab den ich absolut absichere oder den ich absichere absolut ist ja so eine Sache den sichere ich dann ab und dann gucke ich mir was passiert da kann ich dann Truppen auch permanent stationieren und solche Sachen so und da möchte ich einfach Stone Blocks am besten eigentlich alle oder? ja vielleicht auch nicht am besten sogar nur hier unten ist doch so viel wahrscheinlich immer noch schiefer 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 Blocks vielleicht Siltstone ist hier unten auch vielleicht sollte ich lieber Siltstone nehmen ja hier habe ich aber Lignite überall habe ich das Zeug ja dann nehme ich äh aber der Boden ist Schiefer ne ach Siltstone ist das dann sammle ich Siltstone hier ich nehme das Zeug was ich verfügbar habe Siltstone zack dann kann ich damit da Wände bauen was wird man was macht man damit? Furniture und Building alles klar so ansonsten könnte ich ein bisschen Alkohol hier unten hinpacken natürlich immer immer gerne für Zwerge so ein Zwischenlager für Alkohol nicht mal so viel aber wunderlich Vine, Bier, alles Auf gehts Prepared Meals mach ich đây für ein eigenes Stockball natürlich so mache ich das ich glaube mehr brauche ich da auch nicht angeben das wird schon da hingebracht so Barrels habe ich ja hoffentlich genug ja also Essen und so da habe ich massiv vorgesorgt falls da irgendwas größeres passiert bin ich hier auf jeden Fall erstmal sicher ich habe so viel Alkohol und so viel Essen das ist mein leerer Fässervorrat ja da sollte nichts anbrennen also und hier vorne habe ich Flatt geht es davor da kann ich mich noch einbunkern apropos einbunkern wie sieht mein Turm hier aus oh ja schön er hat endlich das Muster hier fertig jetzt muss ich leider die Mauer noch dazu bauen dann sieht es wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut aus so Shell Blocks alle alle kann ich schon mal mit der Decke anfangen wahrscheinlich oder jetzt ist die Frage was ich da als nächstes hinbaue das hier invertiert ich glaube ich baue das invertiert why not so das heißt hier muss achso da kann jetzt achso die Treppe ist nicht hoch genug ah ja ja wie hoch baue ich noch mach mal höher ruhig übermut und so so Jet ist ja okay ne Jet ja jetzt muss er die leider erst bauen aber ist okay dann mache ich das Muster hier invertiert und dann baue ich weiter nach oben ich weiß nicht wie weit die dann gucken können ob das eventuell dann als Aussichtstum helfen kann aber so ja Steel Statue ich arbeite am Stahl ich arbeite am Stahl ich habe schon geklickt das dauert immer länger leider ich habe noch nicht sehr viel Coke so wie es aussieht also es wird direkt verbrannt nehme ich an aber gucken wir mal das müsste jetzt eigentlich langsam an Start kommen also vor allen Dingen auch wenn der Job hier unterschrieben ist ist hier irgendwie die Bedingung noch nicht erfüllt doch Satisfied von NextCheck der müsste die eigentlich jetzt gleich einstellen und dann geht's ab ich muss mal die Zeit ein bisschen laufen lassen also Dwarf Fortress ist ja eins der Spiele wo man die Zeit die ganze Zeit anhält und in irgendwelche Kommandos gibt und die Zeit dann nicht weiter laufen lässt ich meine die Zwerge haben ja genug zu tun aber man selber findet halt immer neue Sachen die man einstellen kann das ist eigentlich ganz lustig so Make Rock Toy ich hoffe ihr macht die auch ich könnte natürlich die Workshops noch so einstellen dass die alle nur von diesem Stockball hier runter nehmen aber die sollten eigentlich das nächstgelegene nehmen ja es ist ja schneller es ist auch einfacher ne also die Steam Version ist auf jeden Fall einfacher also klar du kannst noch schwierigere Binome und so nehmen oder Biome nicht Binome Biome aber wir sind hier schon mehrere Kinder gestorben entführt worden und trotzdem ist das vorher nicht umgekippt in der Classic Version oder in der Free Version da ist ein Kind gestorben und dann haben die schon eine Tantrum Spirale geworfen also kommt natürlich darauf an wie die allgemeine Laune ist aber wenn du draußen natürlich irgendwelche Zombies rumlaufen hast und die Laune sowieso schon am Boden ist dann passiert irgendwas und dann drehen sie alle durch aber hier ich meine man kann Leute auch ausweisen und so Apropos ausweisen die stehen hier auch noch überall rum die müsste ich auch noch weiter entsorgen wie sieht es hier unten aus ne Todesgrube ne die sind alle entsorgt ich könnte mal wieder runterschmeißen also das ist halt so das Ding bei der Bob Fortress es gibt immer tausend Dinge zu tun aber das ist ja auch ganz schön so ein Metal Metal Object hat er wieder 10 was machen die Vampire ich sollte die Särge platzieren und dann kann ich kann ich die Tür wieder zumachen dann können die hier wieder arbeiten was macht die eigentlich gerade meditate on disease diseases mh der betet das ist okay was ist mit dir worship ist ja okay mach ruhig ja dann platziere ich unten ein paar Särge und mit unten meine ich ach Mist ja mit dem Miasma die haben leider hier das Zeug in den Sarg reingelegt und jetzt vergammelt das da drin langsam aber soweit ich das gesehen habe würde das jetzt auch irgendwann komplett vergammeln da muss ich dann weiter warten ich kann natürlich noch einen weitere ich sollte sowieso einen Sarg platzieren eine weitere Todeskammer wollte ich gerade sagen ich kann natürlich noch eine weitere Reihe hier aufmachen aber ich sollte mindestens einen Sarg platzieren eventuell einfach sogar mehr die kann ich ja später immer noch abreißen dann suchen die sich wieder einen neuen Sarg aus wo sie Dinge reinlegen wo sie nicht wissen wo sie es hinlegen sollen wobei mich das wundert da ist halt Zeug drin sowas wie Gliedmaßen von Goblins und bei den Gliedmaßen von Goblins würde ich eigentlich sagen dass ich dafür einen Stockpaller habe aber die sind auf die Idee gekommen das in den Sarg zu legen das ist halt bei Draw Fortress so dass die wenn die nicht wissen wo sie irgendwas hinlegen sollen dann suchen sie sich irgendeinen random Sarg und legen das alles da rein deswegen liegt das Zeug jetzt hier drin aber ich meine Magnetite, Lignite ich habe dafür ja Stockpiles das wundert mich schon so ein bisschen ja scheint auch im Grunde ein Fehler zu sein ist aber in der Free Version auch ja Wasserfall ja Wasserfall ich muss irgendwie das Wasser dann hochpumpen aus meiner Kaverne hier ich habe hier so eine schöne Kaverne oder beziehungsweise ich habe zwei die erste hat nicht funktioniert da hat das Wasser nicht gereicht aber hier habe ich jetzt halt super viel Wasser irgendjemand hat seine Mütze da unten reingeschmissen super da können die halt ihr Wasser holen und damit dann Wasserfall und dann müsste ich aber das hochpumpen dann müsste ich mal gucken und da müsste ich einen Fluss umleiten oder so damit ich das antreiben kann die Pumpe denn irgendwie so ein Pumpzwerg da zu benutzen um das Wasser hochzupumpen ja herzlichen Glückwunsch der kann den ganzen Tag dann pumpen ach den hier musste ich noch aufbauen wie sie am Böllern sind ok diesen Duzim den würde ich gerne aufbauen Hebel dran und den dann freilassen weil der ist schon ausgewiesen und der sitzt halt seit Ewigkeiten hier im Knast den würde ich dann halt rauslassen das war so ein Depressiver den baue ich dann hier am Rand früher Herbst lasse ich ihn raus und dann hier irgendwo vielleicht nah am Rand der Karte Select so jetzt muss ich nur den Duzim hier rausfinden ich müsste den ja ganz gut erkennen können was für eine Farbe hatte sein Käfig da geht es schon wieder los ich müsste ihn gut erkennen können ich stehe auch dran dass es ein Zwerg ist oh man ich habe so viele Käfige die sind ja natürlich auch alle wieder frei geworden weil ich ja Goblins da den Schacht untergeschmissen habe ah ne der ist gerade aufgebaut der Duzim deswegen hmm der ist natürlich gerade aufgebaut deswegen kann ich den nicht nochmal anplatzieren also erstmal abbauen dann müsste der irgendwo auf einen Zockball landen und dann kann ich ihn freilassen das wäre der Plan Hallo da Linux Bua willkommen zurück deine zwei Zwerge leben noch apropos zwei Zwerge Basilisk wenn wir zwei Zwerge zu einem oder zwei Zwerge mit dem selben Namen haben dann können wir ja einen hier hier der meisterhafte das wirst du wenn es klappt so Basilisk er ist jetzt mein Obermeisterschmied für Battle Axis auf geht's so na noch ist die Produktion hier nicht so richtig angelaufen ach so das ist noch nicht abgehakt das muss noch unterschrieben werden ok aber gleich geht's los und den hier darf ich nicht vergessen so na die Ernte läuft das ist auch schön apropos schön mein Turm bitte ja die platzieren die letzten Mauern dann kann ich jetzt oben den Boden wieder drauf setzen sehr gut also das wird jetzt ein bisschen schwieriger aber kein Problem also hier muss ach die Treppe ist noch nicht fertig baust du die Treppe zu vielerweise nein baut irgendjemand die Treppe waiting for construction aber die haben schon die Mauer hier komplett zu Ende gebaut ok kommt nehmt mal die Hose mit ich muss hier oben Muster wieder reinbauen ja gut dann mach ich was anderes so Kevins hier haben sie natürlich noch gar nichts platziert ich könnte natürlich einen Belieferungsbefehl von oben machen ich weiß nicht ob die da von alleine was hinbringen werden wahrscheinlich nicht also mach ich so einen Belieferungsbefehl so mein Getränke stockpile du gibst an an den hier wahrscheinlich muss ich in den Kevins auch noch einen Stockpile dafür machen so dann und du du gibst an ach geht so tief nach unten du gibst an den hier dann im Grunde ist dann viel zu viel Essen hier drauf aber ist okay am Ende muss ich mich hierhin zurückziehen oder so dann ist das ja gut wenn ich Essen habe oh no was ist jetzt ist wieder was eingestürzt oder nee ne Karawane ja Fahrt durch die Leichenberge apropos Leichenberge kann ich das mal claim oder ist das schon alles sammelt's ruhig ein wieviel Wagen habt ihr oder Wägen genug oder bringt ruhig mal was hast denn du für ein Schild da ist das Bronze ne ja doch Bronze ok Iron Mesa ja gut sie bringen einige Wagen das ist okay du hast sogar Steel dabei sehr schön so bist du wirklich aufgehalten worden tatsächlich aber die Construction ist ja nicht suspended nein dann ist das für mich vollkommen okay hier sieht alles gut aus und bei dem anderen Stockball unten bei den Kevins warte ich jetzt einfach ein bisschen bis da was oh Moment apropos warten die Blocks die ich habe hier habe ich ja genügend Blocks Jet Blocks oder alles mögliche an Blocks die lasse ich jetzt unten einlagern so das heißt du gibst bitte an den Stockball unten so du gibst an an den hier dann und dich stelle ich dann wobei hier habe ich nur Silt oder wie es heißt eingestellt dann stelle ich dann noch mehr ein nehm ich Jet auch davon habe ich halt schon so viele Blocks die kann ich dann da hinbringen dann kann ich damit meine Mauern bauen so schwarze Mauern unten ma 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 schon wieder ein Rentier geboren aber ist okay so dann möchte ich nämlich hier unten weiter graben oh Moment diese Tür hier ist offen äh geschlossen die sollte ich aufmachen damit die ne sollte ich nicht da gehe ich erst runter wenn das hier alles beliefert ist genau deswegen habe ich das ja hier oben gemacht ne es müssten mehr als drei sein oder die haben sonst immer sechs gehabt die sollen mir jetzt bitte nicht noch weniger hier mitbringen ich halte es nicht aus die bringen zu wenig Material ich will mehr kaufen von denen angewesen also zähle ich mal so hier vorne ist ja keiner mehr nein okay also ein Wagen zwei Wagen drei Wagen vier Wagen fünf Wagen und da wird auch noch ein sechster kommen da ist der sechste und mehr geht glaube ich nicht ähm gucken wir mal da kommt noch ein Kamel und siebter Wagen kommt halt nicht aber ist okay also sechs Wagen ist halt das was wir vorher auch immer mitgebracht haben beziehungsweise seitdem sie mit Wagen kommen ganz am Anfang sind sie ja nicht mehr mit Wagen gekommen da sind sie ja nur mit Kamelen gekommen oder Eseln oder Büffel oder was das war ja genau da kommen halt noch mehr aber ist okay so Wooten Cage ist fertig der hat sich schon wieder verwandelt aber ja mit dem der steht jetzt da ein bisschen ah ja 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 den habe ich jetzt auch hier aufgebaut okay ja jetzt weiß ich nicht ob ich den runterschmeißen will ich glaube ich will ihn nicht runterschmeißen ich könnte ihn zusammen mit dem anderen einsperren also mit dem äh unten mit ihm hier könnte ich den einsperren dann ich meine die verwandeln sich ja gleichzeitig die werden sich ja wohl nicht gegenseitig angreifen und wenn doch dann naja habt ihr eigentlich Angst wenn ihr das Vieh seht ist das eine Performance für dich die sind super Messenger achso das ist eine gute Idee ja das ist eine wirklich interessante Idee ach wenn die sich zurückverwandeln weil die sich nicht hundertprozentig gleichzeitig zurückverwandeln also als Messenger ist das natürlich auch interessant wenn die daneben stehen und genau in dem Moment wird es Vollmond dann rennen die halt in die Armee rein auf der anderen Seite sind die auch nicht so ultra stark also wenn da irgendwie 60 Goblins oder so stehen dann wird das dieses Wehrvieh wahrscheinlich auch nicht überleben oh engraved the masterpiece sehr gut der hat ein Mandat beendet ok Messenger ist mehr for fun hier ist alles for fun bei dem Spiel so funktioniert das jetzt hier bin ich zu ungeduldig anscheinend wenn man die Zeit nicht weiterlaufen lässt aber hier äh add new task fang an ich bin einfach ungeduldig wir brauchen Coke zumindest genau die Charcoal steht da jetzt schon mal nicht her das ist schon mal schön hier sollte es eigentlich mal mehr Holz werden oh ich kann jetzt nicht sagen seit wann ich Dwarf Fortress spiele weil ich spiele das ja nicht durchgehend ähm dass ich mal die Classic Version gespielt habe oder die Free Version ist schon etliche Jahre auf jeden Fall her also ich habe bestimmt so 10 Force habe ich bestimmt schon gespielt auch welche mit so Zombies und so und alle möglichen Biome aber die Steam Version spiele ich jetzt natürlich seit dem Release aber viele Sachen weiß ich trotzdem nicht also Load Ballista No Ammunition okay Ballista Arrow versuchen wir mal 10 von diesen Ballista Arrows herzustellen vielleicht klappt das naja wobei einige Force auch nicht lange überlebt haben da habe ich so die ersten paar Monate überlebt und da war schon Ende im Gelände ganz am Anfang natürlich bis man das alles raus hat mit der Alkoholproduktion und so das dauert ja erstmal ein bisschen wie sieht man an so also ich weiß auf jeden Fall noch wie es die alten Bäume gab wenn ihr das was sagt wo die Bäume nur ein Feld groß waren und jetzt hat er ja so richtige Bäume hier drin die dann auch mehrere Holztroppen ich weiß noch wie es einzelne Bäume waren wie so Büsche da ist auch nichts auf den Kopf gefallen da ist mir nie ein Zwerg beim Holzfeld gestorben inzwischen schon na gut kommt erstmal her wir können natürlich schon anfangen hier Zeug hinzubringen aber die sind eh schneller genau ist auch immer eine gute Gelegenheit mal zu gucken wie viel man eigentlich hat also Steel Anvils könnte ich mal einschmelzen die Breastplates die schmelze ich halt ein mal gucken was ich mit dem Kupfer mache also ich habe halt so viel Kupfer noch wobei es geht inzwischen ist es recht wenig geworden na gut das Interessante sind die Bins leider muss man die hier so ein bisschen raussuchen Weapon Bin ne die das werde ich denen nicht geben da sind meine Steel Battle Axes drin nehme ich an aber Finish Good Spin Moment ich könnte hier oben was suchen hier Finish Goods so mache ich das dass ich da jetzt drauf komme ja 07 the only one done dann fang mal zu Eve gut dass er hier ich gebe Finish Goods eine zeige trotzdem das Klaus Bin an aber ist okay Ok das hat jetzt nicht so viel genutzt mit dem Filtern aber ist okay Finish Goods Finish Goods Amor Bin Gem Bin 10.000 weg damit also ja die Gems könnte ich auch benutzen um irgendwelche Sachen damit zu verzieren aber bis jetzt Trading immer schön weg Gems sind echt gut die verbrauchen so wenig Platz nach Preissortieren ja mache ich gleich wobei ich kann das kombinieren oder so ist das jetzt noch Preissortiert Stop by Value also wenn ich wenn ich die Karte aufhabe mit dem Scanner dann hat man zwei Menüs das obere für Sonnenscanner ja und noch eins unten ich habe das untere zugemacht und bekomme es nicht mehr auf, weil ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Also du siehst deine Probes, aber was für Menü hast du denn noch unten? Kannst du mal F9 versuchen? Also ich glaube, ich habe es auf F9 selber draufgelegt. Ich überlege gerade, was für Menü du meinen könntest. Gut, dass das Sortieren nach Value nicht funktioniert. Oder lüge ich? Das ist doch vollkommener Quatsch, was der macht. Die wertvollen Sachen sind trotzdem wieder mittendrin. Was könntest du wohl meinen? Achso, der sortiert nach Preis innerhalb der Kategorie hier. Also das ist jetzt das Teuerste innerhalb dieser Gruppe. Stimmt auch nicht. Hier das 1.564, 2.730. 1.530. Also die Teureren sind schon nach oben sortiert, aber nicht so richtig. Ich weiß nicht, was für ein Sort-Algorithmus der benutzt. Ja, F9 ist was anderes. Ja genau, die Sonnenkarte. Ich dachte, das meinst du vielleicht, aber ja, die hast du schon. Was könntest du denn meinen? Ne, Barblocks will ich nicht. Was war denn auf diesem, in dem Fenster zu sehen? Das fragen wir mal so. Amor benign. Amor benign. Sheet benign. Nein, 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 nein. Es wäre auch cool, wenn er mir hier schon irgendwo den Gesamtwert anzeigen würde, also was ich zum Depot hin transportiere, aber das tut er auch nicht so. Lebensmittel immer. Solange dieser dezente Bug besteht, nutze ich das aus. Da habe ich gar keine Probleme. Ich finde komisch, dass sie es nicht fixen. So ein bisschen ist das Spiel ja schon raus. Here prepared. Zack. Also letztes Mal habe ich glaube ich auch gar kein Essen weggetradet, aber falls die genügend Wert mitbringen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber da kann ich mir kaufen, was ich haben will. Ich meine, man kann danach natürlich auch weiterhin transportieren, aber dann mache ich es mir mal einfach. Das sollte auf jeden Fall reichen. Na, gucken wir mal hier. Das hier noch, das, das, das. Das reicht auf jeden Fall. Und das Gute ist, insgesamt sind das gar nicht viele Items, die sie da hinbringen, weil sie halt nur Bins hinbringen und Barrels. Ach so, ähm, das ist die Overview, oder? Was du meinst. Also es gibt ja einmal Local, da sieht man die Namen mit dem Chat und alles und dann gibt's halt noch die Overview. Dann suchst du die Overview. Da musst du mal in den Menüs gucken, wo du Overview aktivieren kannst. Die kannst du eigentlich nicht komplett wegklicken. Also die muss auf jeden Fall da noch auf der linken Seite irgendwo sein, in der Taskbar, sag ich mal, oder in der Übersichtsbar, keine Ahnung wie man es da nennt, Menübar. Aber, ja, such mal die Overview. Ansonsten weiß jemand im Chat eine Tastenkombination, um die Overview einzublenden bei Eve Online. Das ist die Overview. Jetzt weiß ich, was du meinst mit dem zweiten Fenster, ja. Ich hab die ganze Zeit an die Scanner-Props gedacht und was gibt's da noch für ein Fenster. Aber ja, F9. Ah, dann ist F9 sogar die Standardbelegung, ja. Hab ich das gar nicht geändert. So, habt ihr das schon hingebracht? 23, ach, kommt. Oh, der Klempner, was machst du schönes Klempner? Was kannst du eigentlich noch so? Legendary Miner, ja, okay, das sind viele. Adapt Bone Doctor, weil sich so viele die Knochen gebrochen haben, ist ja inzwischen schon Adapt Bone Doctor. So, die laden aus, das dauert eh noch ein bisschen. So, die Ballista müsste jetzt eigentlich gleich beladen werden, wenn diese Dinger fertig sind. Also die Arrowheads. Ballista Arrows ist noch nicht unterschrieben. Das ist auch noch nicht unterschrieben. Doctor Lee. Steh mal auf. Sonst mach ich ein Vampir zum Manager. Die schlafen halt nicht, das ist das Gute. Der Manager ist bei mir, ne, einer von den Bookkeepern ist bei mir auch ein Vampir. Weil der nicht schläft, der isst nicht. Dann kann er schön Bookkeeping machen. Der hat da schön sein Office. So, jetzt kann man nämlich hier draufklicken, dann kann man die Ausrichtung ändern. Zack. Jetzt steht sie in der richtigen Richtung. So, jetzt wäre die Frage. Trap Components. Wie heißen die Dinger genau? Hätte ich mal gucken sollen. Wie heißen die Teile, die ich gerade herstelle? Ballista Arrow. Passt doch. Dieses Menü hier oben, dieser Filter, das ist ja wirklich nett. Aber da muss man trotzdem überall durchklicken. Dass man nicht global damit suchen kann. Das ist einfach Wahnsinn. Ammo. Arrows. Und was sind das die richtigen Arrows? Oder müssen das Ballista Arrows sein? Ich versuch's einfach mal mit Arrows. Jetzt gleich packt er mir so ganz kleine Pfeile dahin. Also für einen normalen Jagdbogen. Aber Jacked Arrows. Metal von mir aus. Kann ich das? Achso, wegen Arrow. Das ist auch verwirrend. Der Filter gilt halt für alle. Und dann sind diese unter Minutes hier halt leer. Obwohl, Metall will ich jetzt alle auswählen. Wobei Iron. Iron. Und wenn ich sie herstelle. Steel natürlich. Other Materials nicht. Core Quality. Na ja. Ich könnte natürlich noch Masterwork. Exceptional. Artefacts auf jeden Fall nicht. Well-Crafted. Hier sieht man mal. Schön aufgelistet. Standard. Well-Crafted. Finely crafted. Superior Quality. Exceptional Masterwork. Ich bin auf die Masterwork eigentlich scharf. Total Quality. Alle bis auf Artefacts. Habe ich noch nie eingestellt mit Artefacts. Aber jetzt mache ich es. Ja, ich hoffe, das sind die richtigen. Aber ich vermute mal. Weil das unter Ammo halt steht. Können sie natürlich wirklich für normale Bögen sein. Ich weiß halt nicht, ob diese Ballistas, ob man die hintereinander stellen kann. Dann würde ich halt irgendwie drei Stück hintereinander stellen. Ich hätte halt Angst, dass sie sich gegenseitig treffen. Das wäre nicht so cool. Na, das Monster kommt hier durch. Und dann soll das jeder halt schießen. Das wäre die Theorie. Und das kann ich hier unten ja auch nochmal wiederholen. Solche Späße. Dass man hier so Ballistas hinbaut. Die haben es auch noch nicht beliefert. Kommt schon. Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit gehabt. Und die Hedgecover sind alle offen. Aber gut, dauert wahrscheinlich ein bisschen. Apropos ein bisschen dauern. Wie sieht denn das aus mit Minern? Lime Knight. Also das ist ja für Eisenerz. Ich hätte doch irgendwo auch Silbererz gesehen, oder? Siltstone Wall. Siltstone Cavern Floor. Ach, hier kann ich draufklicken. Oh, auf Silber. 50%. Also in solchen Ebenen könnte ich mal graben. Dann müsste ich ja eigentlich auch Silber finden und so. Ach, das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja einen Extraschacht für diese Aktion machen. Aber ja, das ist so der Punkt. Also hier grabe ich halt runter nur für die Kavernen. Und dann möchte ich nochmal runtergraben für etwas tiefere Mineralien. Aber das soll halt nicht mit den Kavernen irgendwie verbunden sein. Dass das sozusagen nochmal so extra Sicherheit hat, sag ich mal. Und falls was schief geht, soll das trotzdem relativ abgelegen sein. Also hier zum Beispiel. Ist das gut da zu machen? Falls was schief geht, sollte das auch am Rand sein. Wobei, wenn es hier oben ist. So, da ist ja mein Schacht. Vielleicht hier runtergraben? Das mache ich wahrscheinlich. Dann ist das trotzdem relativ weit am Rand der Karte. Darum geht das halt. So. Ich setze es nicht so richtig mittig. Wäre hier Mitte. Nicht, dass ich da irgendeinen Anspruch erheben könnte, dass ich darauf achte. Ne, so richtig mittig ist das nicht. Weil das einfach nicht nur eine ungerade Zahl ist. Okay, dann so. So, und dann grabe ich da nämlich nach unten. So, fangen wir hier an. Und dann graben wir erstmal so ein paar Ebenen runter. Bis hier. Hier brennt ja noch nichts an. Hier kann ich ja immer noch weitergraben. Weiter, weiter, weiter. Und da kommt dann langsam was. Das heißt, ich kann da ruhig tiefer graben sogar. Jetzt muss ich mal gucken, wie tief. Also bis auf die Ebene auf jeden Fall. Also eins, zwei. Eins, zwei. Bis hierhin auf jeden Fall. Und da kommt die Kammer und die Kavernen. Wenn ich natürlich Pech habe. Ne, die Kavernen kommen noch ein ganzes Stück. Und es kann natürlich sein, dass die Kavernen noch weiter hochragen. Das wäre natürlich blöd, wenn ich die jetzt noch weiter anbohre. Aber das werde ich dann feststellen. So, und hier grabe ich dann wieder ein bisschen anders. Und zwar mache ich dann hier so Räume dran. Ah, drei ist jetzt eigentlich egal, aber. Grabe ich erstmal so ein bisschen vorsichtig in die Richtung. Und weiter zum Rand der Karte. Falls irgendwas passiert, kann ich dann immer noch eingreifen. Und einen Hedgecover sollte ich sowieso noch drüber platzieren. So. Darf ich hier nicht mehr graben, oder was? Das ist ja interessant. Ja, ist ja cool. Dann bin ich genau zwei Räume neben dem Rand der Karte. Und wenn irgendwas anbrennt, dann kriege ich das auch irgendwie hin. So, vielleicht hier eine Tür rein noch. Genau, dann sind die auch noch getrennt. Es ist unwahrscheinlich, dass das Monster hier rüber rennt. Und dann hier durch und dann da wieder rein. Und ach. Das klappt schon. So, dann nehme ich eine Iron Door. Ist mir auch egal welche. Hauptsache. Kartenrand ist immer gut, wenn man mal einen Abschluss braucht. Na ja, da kann schon nicht. Das wird schon nicht schief gehen. So, dann rufe ich hier Militär. Apropos Militär. Wir könnten mal wieder hier ein bisschen dumpen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Hat hier noch irgendein Goblin? Waffen. Ich will das eigentlich nicht mit Namen machen. Okay, also erstmal zwei Trupps. Bitte hier hin. Früher Herbst. Ich müsste immer noch den Typen freilassen. Aber ich mache das dann im Frühling. Also den Duzem, der eingesperrt ist. Der soll dann über den Winter noch hier bleiben. Fertig. So, hier machen wir jetzt Claim nochmal drüber. Oder nee, Dump sollte ich machen, oder? Wie war denn das? Erst Dump. Nee, erst Claim. Dann ist das geclaimed. Dann Dump, damit es abgeholt wird. Und dann von den einzigen Käfigen wieder wegklicken. In der Hoffnung, dass die dann denen die Sachen alle wegnehmen. Auch wenn der jetzt schon nichts mehr anhat. Also bei dem haben sie das Icon aktualisiert. Bei dem hier zum Beispiel nicht. Aber lieber Vorsicht als Nachsicht. Bei denen hier unten, die sehen auch noch sehr bekleidet aus. Also erst Claim. Machen wir ruhig nochmal so. Dann Dump. Und dann Dump wieder aufheben. Und dann kommen ein paar Zwerge an und nehmen die Sachen weg, falls sie noch welche haben. Ich meine, man könnte in der Creature List nachgucken, wer noch alles Sachen anhat. Aber das ist halt sehr aufwendig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie da kommen. Das wird schon gehen. So, kommt jemand angerannt. Das Militär kommt angerannt. Das ist schon mal gut. Da kann ich nämlich mit dem Runterschmeißen beginnen. Also die, die offensichtlich nichts anderes haben, können ja sowieso runter. Ich hoffe, die stehen ja auch hier in der Nähe. Aber ja. Es wäre halt blöd, wenn die irgendwo anders auf dem Stockball stehen und dann hier runtergeschmissen werden sollen. Und dann sich zwischendurch irgendwo losreißen. Zum Beispiel hier, dieser Kupferkäfig, den sehe ich zum Beispiel gar nicht. Doch, das ist der hier oben. So, wo ist er? Wo ist er oder überlebt er nochmal eine Runde? Ja, dann überlebt er nochmal eine Runde. Aber dann sind es schon mal wieder weniger. Oh, Seven Onkels, du. Oh, Seven. Was macht der König? Dem König hier geht es auf jeden Fall gut. Hoffe ich, dass es dem gut geht. Also der hat ja wohl das beste Leben hier. So, der ist jetzt nach unten sortiert worden, weil er jetzt Onkelsdua ist. Hier, glücklichster hier. 26 Leute, er ist einer der glücklichen. Und hier sind vier jetzt bei fünf. Also neun sind so nicht so. Und 16, das sind auch relativ viele leider, sind unzufrieden. Aber ja, gucken wir mal. Wie sich das weiterentwickelt. Was trägst du denn? Käfig wahrscheinlich, oder? So langsam wie du bist. Ja, mit dem Goblin drin. Dem kann ich gleich auch wieder claimen und dumpen. Wie langsam er läuft. Ja. Also, claim. Dump. Dump rausnehmen. Also dann wird der Käfig nicht gedampft, aber alles was in dem Käfig ist, sollte gedampft werden. Das ist so die Theorie. Wie geht's, wie steht's, Onkelsdua? Bist du schon wieder zurück von der nahen 300 Kilometer Reise? Ah, okay. Ach, du hast den Kater nicht alleine gelassen. Okay, okay. Ja, ich sitze hier auch mit den Katzen. Für die ist das nicht so cool. Die böllern ja jetzt auch schon wie verrückt hier. Also, die müssen alles nachholen, was sie jetzt die letzten zwei Jahre nicht machen konnten, glaube ich. Ah, Lavender Jade, okay. No Ammunition immer noch für die Ballista. Da muss ich mal drauf achten, dass er mal langsam Ballista-Munition herstellt. Sonst habe ich vielleicht keinen, der die Munition machen kann. Ja, das Geknalle vertreibt böse Geister, aber für die Katzen ist es halt auch nicht so schön. Für Hunde ist das ja auch schrecklich. Die haben ja richtig Angst dann. Katzen sind ja noch relativ gechillt, aber Hunde... ...verkriechen sich irgendwo unter dem Tisch. So, du bringst den nächsten Käfig. Ja, okay, die bringen jetzt noch relativ viele Käfige von oben. Also ist das halt. Ach, hier. Hast du was getrunken? Dann funktioniert da meine Idee mit dem... Eating a fine dish. He is content after eating a fine dish. Mmm. Der hat das natürlich jetzt an dem Fass hier gegessen einfach nur. Aber die Idee mit dem Stockball hier ist ganz gut, dass sie da was essen und trinken können. Aber es ist ein bisschen blöd, dass sie da keinen Tisch haben. Ich weiß nicht, ob ich da einen Stuhl und Tisch hinstellen kann. Wenn das keine Dining Area ist, würden sie den dann trotzdem benutzen. Ich probiere es mal aus. Irgendein schöner Tisch hier. Ein schöner Tisch. Hier ist der Sandpeerwood Table. Wie sieht es aus mit dem Chair? Ah. Jet. Auf geht's. Ansonsten haben wir natürlich noch einen kleinen Trade hier zu machen. Geht das schon? Rufen wir mal den Broker hier hin. Apropos, seid ihr jetzt mal fertig hier? Ah, die haben jetzt einige abgeholt von den Särgen. Der Stockballier ist voll. Dann würde ich mal die Tür nie wieder schließen. Dann mache ich die Tür zu. Jetzt bin ich am überlegen, mache ich die Tür auf, damit er sich Steine holen kann. Ich meine, der ist eh nur am Beten. Ist der am Beten, weil er nichts zu tun hat oder ist er am Beten? Oh ja, der müsste mal arbeiten hier. Tür auf. Dann kann der halt mal rausrennen und kann seine Arbeit erledigen. Und wenn er Pech hat, läuft er in der Falle. Aber dann kann ich ihn ja wieder rauslassen. So, Hauptsache die Tür ist zu, die Tür ist zu. Weil der geht zwischendurch mal schlafen, dann wird er gebissen. Dann ist er, ah ne, dann ist er kein Vampir. Dann ist er eventuell tot, weil er blutleer ist. Vampir wird man ja nur, wenn man das Blut, wenn so ein Zwerg, also Mann, wenn ein Zwerg das Blut von einem Vampir trinkt. Oh, der Kater frisst ab und an das Lieblingsfüttern, sonst versteckt er sich. Ach je, ja. Unsere schlafen hier. Ja. Ja, hat er wieder zehn Objekte eingestellt. Ah. Basilisk braucht mehr Steelbars. Ja, die sollten unterwegs sein. Hoffe ich. Das ist immer noch nicht unterschrieben. Unterschreibt das doch bitte mal. Dotterly, was machst du? Wo ist Dotterly? Detailing Floor. Ja, okay. Hm. Du könntest mal zwischendurch aufhören, Detailing Floor zu machen. Ich glaube, der hört nämlich dann einfach nicht auf. So. Mach mal bitte da eine andere Aufgabe. Skilled Engraver. Ja, das ist ja schön. Ich muss dann dran denken, Dotterly wieder eine neue Aufgabe zu geben, aber... Ja, dann guten Appetit dir, wenn du was essen gehst. Guten Appetit. So. Achso, ingame. Sorry. Ich dachte, du gehst jetzt was essen. Ja, ingame kannst du auch was essen gehen, ja. Wenn das, wenn das alles nicht fertig ist hier, dann solltest du was, kannst du was essen gehen. So, bitte, könntest du das Arbeiten beginnen? Ausruferzeichen ist schon dran. Wir sind darauf angewiesen, dass du die Sachen herstellst. Er arbeitet nicht. Ja, wenn er gleich nicht anfängt, dann lasse ich die, äh, die Vampire weiter arbeiten. Die bequemen sich irgendwann dazu. So, wie sieht's hier aus? Trade ist noch nicht möglich. Der kommt jetzt auch irgendwann angelaufen. Ich muss die Zeit weiter laufen lassen. So, wie sieht's hier aus? Ah, noch nichts passiert. Ihr sollt das hier beliefern, bitte. Er kann von überall nehmen, wenn er will. Ist mir egal. Hauptsache, du machst überhaupt irgendwas. Und ein paar Blocks werden auch schön. Aber ja, kommt schon. Wieder ein Lama geboren. Rendierkau. Ja, das ist kein Lama, das sind Rentiere. Ich habe eine Rentierexplosion hier. Oh, oh. Die können das Gebäude nicht bauen. Man kann nicht da hinspringen, wo das ist, aber ich denke mal, das ist der... Also, Coffins habe ich ja nur unten hingestellt, richtig? Ah, jetzt fängt wieder das Suche an, wo ich die... Ah, Kabuki, was musst du denn hier? Was ist deine? Make Rock Toy. Ach, du holst hier unten die Steine, okay. Oder was heißt unten, ist ja nicht so weit. Ja, das ist suspended. Ach, weil ich die Tür zugemacht habe. Klar. Ich habe ja die Tür hier zugemacht. Und deswegen kommen die jetzt nicht mehr da dran. Ja, da mache ich die jetzt nochmal auf, bis sie das platziert haben. Das ist ja schon logisch. Ja, ich benutze F1 bis F8 und Shift-F1, Shift-F2, Shift-F3 bin ich jetzt angekommen. Ja, sonst kommt man ja nicht zurecht. Also, man muss ja schon irgendwie da hin und her springen. Ich habe halt nicht für alles einen Spot, aber für relativ viel. Und dann versuche ich mir zum Beispiel zu merken, hier von den Vampiren muss ich so und so weit gehen, damit ich dann zu den Grabkammern komme und solche Sachen. Ja, aber ich verliere immer mal wieder die Orientierung, ja. Ich gebe alles zu. Hier von den Vampiren kann ich zum Beispiel zwei Etagen hoch und dann bin ich hier bei den Grabkammern. Brauche ich eigentlich so Burial Slabs? Also so Grabsteine. Make Rock Slap. Ist das dasselbe? Also ist das nicht Burial Slap, okay. Ach ne, einfach nur Slap, okay. Oh, die sollte ich auf jeden Fall mal machen, ja. Okay, ja. Ja, wahrscheinlich spiele ich irgendwann nach Mitternacht, spiele ich im neuen Jahr, spiele ich dann Eve. Das könnte sein, ja. Ja, dann engraven, genau. Die Rock Slabs. Ich habe es gerade gelesen. Falls mal einer so fällt, dass sie dem noch so ein Andenken bauen können. Das verhindert dann auch die Geister, nehme ich an. Hier schleifst du auch nicht weiter ab, schön. So, ist hier irgendwas passiert eigentlich? Habe ich die Tür unten abgeschlossen? Das ist die nächste Frage. Oh nein. Aber hier ist keiner gelandet. Hier haben sie noch sauber gemacht. Oh, sehr nachlässig. Hier haben sie noch sauber gemacht. Ich hoffe, hier ist kein Goblin rausgelaufen. Ich meine, ein Goblin ist ja irgendwo entkommen und hat mir einen umgebracht. Aber das ist halt das Risiko, wenn man solche Aktionen hier macht. Was ist denn hier mit dem Runterschmeißen? Ich habe doch genügend Henker, sage ich mal. Was machen meine Henker denn alle? Special Howling. Sind alle mit was anderem beschäftigt. Ja, dann kriegst du auch noch Special Howling. Der kocht nicht. Wobei, wenn der Koch nichts macht. Ne, den opfer ich nicht. Wenn da irgendwas passiert mit dem. Der Moped, wenn der nicht kocht, kann der auch was anderes noch machen. Weil die kochen ja die meiste Zeit nicht, weil ich genügend Essen habe. Hm. Wie meinen das? Was kann denn der Moped noch so? Mit der Sortierung hier Moped. Prepare Lavish Meal. Ah, jetzt macht das doch. Okay. Legendary Cook. Ja, Fischer Dwarf. Ja, okay. Ne, du kochst. Du kochst und ansonsten brauchst du nichts machen. Kann sonst nichts. Brauchst sonst nichts machen. Aber wie sieht das mit Alkohol aus? Immer noch gut. Übrigens meine Plump Helmet Seeds. Habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr nachgeguckt. Plump Helmets. Werden gekocht. Ja, das könnte ich mal runterdrehen. 854, jetzt könnte ich mal runterdrehen. Ich war ja zwischendurch mal bei über 2000, habe ich die ja gekocht. Jetzt könnte ich mal aufhören, die zu kochen. Das können wir ja relativ genau steuern. Apropos steuern. Ich muss mal abspeichern. Ich meine, ich habe das letzte Mal abgespeichert. Da hatte ich die Smelter noch nicht aufgebaut für Coke. Das heißt, ich habe irgendwie vor über einer Stunde das letzte Mal gespeichert. Auf jeden Fall zwischendurch speichern. Ich habe keine Lust, dass mir mal wieder zwei Stunden verloren gehen. Aber ab und an passiert es. Leider, leider. Können sie gerne noch fixen. Oder er kann das noch fixen. Ich glaube, programmieren tut sowieso nur der Tarn Adams. Ich glaube, weitere Entwickler hat er auch gar nicht dazugeholt. Nicht mal mit der Steam-Version. Nee? Entwickeln da mehr Leute dran? Wow. Das stelle ich mir krass vor. Wenn er komplett alleine dran... Ah, die haben den Top-Modder eingestellt. Letzte Woche. Ach, krass. Das ist krass. Okay. Das ist eine gute Idee, den... Programmer verdoppelt, ja. Haben sie die Devs verdoppelt, krass. Das finde ich ja gut. Aber vor allen Dingen jetzt. Nicht mit Anfang Entwicklung der Steam-Version. Einen eigenen Entwickler. Nein. Man bringt erst die Steam-Version raus. Und dann wird der Modder eingestellt. Ja. Pro-Move. Das muss auch krass sein, wenn du als Entwickler in ein Projekt reingehst. Seit wie vielen Jahren wird das entwickelt? Seit 20 Jahren wird das entwickelt. Oder seit fast 20 Jahren. Und das hat einer alleine entwickelt, vor allen Dingen. Ja. Ja, ein bisschen Spenden haben sie ja vorher schon gekriegt. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld. Aber der Tarn Adams hat ja schon gesagt, das muss jetzt aber auch erstmal reichen. Also bis zum Ende. Weil er hat ja nicht vor, noch ein weiteres Projekt zu machen. Von daher ja. Aber ich denke, das Doral Fortress wird sich auch weiterhin ganz gut verkaufen. Nehme ich stark an. Jetzt natürlich nicht mehr so wie in den ersten paar Wochen. Aber ich denke, da haben sie jetzt kontinuierliche Einnahmen. Auf jeden Fall. Zack hilft ja ein bisschen. Oder Zack. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Du siehst auch so vampirisch aus. Hm. Ach, Poet Necromancer. Du kannst mir nur nicht erzählen, dass du nicht irgendein Vampir oder sowas bist. Hm. So viele kennen tut er nicht. Ungewöhnlich viele Kinder oder so hat er auch nicht. Ist jetzt auch nicht ultra alt. Wobei die Vampire das nicht verraten. Er ist auch nicht so lange hier. Deswegen hat er wahrscheinlich noch nichts getrunken. Na gut. Vielleicht braucht er auch mal mehr Hotelzimmer. Zack. Ja. Zack glaube ich auch, dass er so ausgesprochen wird. Ah. Das ergibt Sinn. Oh nein. Nein, der beschwert sich hier. Der Doric. Oh, der hat einen Station. Ah ja, apropos Station. Haben wir hier mal welche runtergeschmissen? Ich sehe kein Blut. Vielleicht muss ich den mal rausnehmen aus der Truppe. Ah, ihr habt Hunger? Dann geht was essen. Ich glaube, ich... Habe ich die insgesamt zu lange? Was ist mit dir denn los? Drowsy. Store-Item und Zockball. Ja, sonst lasse ich die erstmal wieder rumlaufen. Wenn die da haben sie ein Käfig stehen lassen, das ist auch fantastisch. Ja, die bringen hier immer noch weitere hin. Hier sollte ich runterschmeißen. Ja gut, dann verschiebe ich das und lasse die erstmal weglaufen. Also wenn das hier so lange dauert... Ich habe keine Lust da die ganze Zeit drauf zu warten. So. Und die Zwerge ja auch nicht. Also dann sollen die erstmal wieder weglaufen. Und erstmal machen, was sie wollen. Weil ich brauche euch ja gleich auch noch für die Kavernen unten. Hauptsache ich habe keine schlechte Laune, weil ihr die ganze Zeit da stationiert seid. Ja, sollen die da erstmal alle hinbringen. Das scheint ja auch noch nicht abgeschlossen zu sein. Frühjahr, Herbst. Kann ich da noch Pflanzen sammeln? 1060. Donkeys habe ich inzwischen auch sehr viel. Ich muss unbedingt Tiere loswerden. Rentiere. Ich könnte die auch kastrieren. Dann bin ich auch erstmal ein bisschen die Probleme los. Weil eigentlich will ich von denen nicht so viele. Hier Lama. Stray Horse. Yax. Und hier Donkeys. Schlachte, Schlachte. Ich habe so viele Tiere. Das gibt es einfach nicht. Achso, die sind noch eingepackt hier. Hier habe ich sogar noch ein Papi, was nicht ausgepackt worden ist. Also die Hunde will ich ja durchaus vermehren. Aber ich schlachte jetzt einfach noch ein paar mehr. Die sind hier am Singen oder was? Simuliert Ashock. Ich denke mal, das ist ein Instrument. Simuliert Kunon. Ich habe denen keine Instrumente gegeben. Weil ich fies und gemein bin. Was immer das hier ist, nimm es mal weg. Achso, ein Pflaster. Okay. Oder Plaster. Ich weiß nicht. So ein Gips-Ding halt. Nee, ich habe nur ein Grizzly leider. Sonst hätte ich meine Zucht schon begonnen. Ja. Hier. Au. Die Hundezucht muss ich mal ein bisschen vergrößern, würde ich sagen. Die ist schon langsam ein bisschen knapp hier vom Platz her. Ich dachte halt, ich mache die möglichst klein, damit die möglichst dicht zusammen sind und die Vermehrungsvahrscheinlichkeit steigt. Ja, Stray Cat. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir noch irgendwo einen... Oh, den Hund übersehe ich doch jetzt. Zu viele Viecher hier. Kann man hier einen Raben anleihen? Nee, Reindeer. Hier. Ich dachte schon, das wäre der Hund. Nee, Papi muss das auch sein. Wo bist du denn? Mein Gott, diese ganzen Soldaten. Da ist mein Grizzly. Jetzt habe ich langsam alles gesehen, aber den Hund nicht. Wo ist denn der Hund? Der liegt doch auf irgendeinem Stockpark. Ach, da ist er doch. Ach nee, das ist ein anderer oder was? Diese Menüs. Lass mich doch bitte filtern. Ja gut. Die vermehren sich auch von alleine. Der, der im Käfig sitzt, sitzt halt da jetzt im Käfig. Ich sehe ihn jetzt halt eben nicht. Diese Hundewelpen, die sind doch so gelb. Aber ich sehe ihn nicht. Moment, was ich machen könnte, wäre, einfach hinspringen und gucken, wo der ist. Kann ich je nach Namen sortieren? Und dann Papi? Okay, der Plan war gut, aber wie heißt das Tier? Hier, Stray Dog, Puppy, Tame. Und das ist er hier. Der ist schon geboren worden. Na, es werden einfach nicht so viele. Der muss dann trainiert werden. Der Grizzly steht hier auch irgendwo noch rum. Da ist er. Der sieht aber genauso aus wie vorher. Nicht so wie die Kriegsrunde, die ein bisschen anders aussehen. Ich habe hier auch einen Kriegshund. Das ist wirklich der einzige angeleimte Kriegshund. Aber ist okay. Die Tür ist aber jetzt wieder auf. Also ihr könnt da gerne reinlaufen. So, die Coffins haben sie jetzt immer mehr abgeholt. Oder haben sie weitere abgeholt, so. Jetzt könnte ich überlegen, da die Tür. Jetzt mache ich die Tür zufällig. Nicht abbauen. Schließen, bitte. Und welche mache ich auf? Machst du irgendwas? Worship. Die machen auch nur Sergo, oder? Stonebroker Workshop. So, Add Task. Ja, was brauche ich denn? Rockblocks nicht so gerne. Statuen wahrscheinlich auch nicht so gerne. Tables. Pedestal. Mach mal. Ja, zweiter Grizzly wäre natürlich ein Traum. Oh, er ist trotzdem noch relativ alleine hier. Practice a craft for too long? Hier, du kannst doch arbeiten. Mach doch. Oh, da liegt das daran, weil der kein Material hat. Dann mache ich hier die Tür zu. Und mach halt die Tür auf. Und dann kannst du irgendwann mal arbeiten, bitte. Der will nicht arbeiten. Hier, die Tür ist zu, die Tür ist zu. Hier kann er rumlaufen. Der ist halt nur am Beten da. Da kann ich doch nicht dafür. So, hier grabe ich das, genau, hier grabe ich das aus. Hier muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht mit der Kammer da kollidiere. Die will ich ja strikt getrennt halten. Darum geht's ja. So, hier habt ihr schon schön ausgegraben. Wunderschön. Und keine Kavernen bis jetzt. Das ist auch wunderschön. Und ihr könnt hier einfach weiter graben. Meine habe ich auf jeden Fall jede Menge. Jetzt planen die hier schon wieder los. Fantastisch. Wir sind weit von Null Uhr entfernt. Die haben gleich keine Raketen mehr, wenn die so weitermachen. So, Bodenbin ist fertig. Apropos. Apropos fertig. Wow, auf Stocks klicken dauert jetzt schon echt extrem lange. Achso, von 18 bis 6 Uhr darf man böllern. Äh, ja. Okay. Hier, Coke. Ich habe ein bisschen Produktion. Finally. So, und ihr Freunde, ihr könnt einfach weiter minern, oder? Minert ruhig mal nach unten. Also, nach Adern folgen, das mache ich typischerweise nicht so. Aber ich meine halt immer so diese Schachbrette ist es ja nicht ganz. Aber diese Muster hier rein. Dass es einigermaßen stabile Räume sind. So, Hedgecover und so kann ich gleich auch noch platzieren. Also sollte ich auf jeden Fall, falls ihr doch mal irgendwas anbrennt. Aber dann können die das hier schön nach und nach ausminern und ich kriege Ressourcen. Ackersteine. Und andere Dinge. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen Silbererz und so dabei. Da können die einfach die ganze Zeit minern. Dann sind die glücklich, ich bin glücklich, alle haben Ressourcen. So, nach oben kann ich das Muster dann nachmalen. So. Aber erstmal so in die Richtung. Hätte ich noch mit Prius ein bisschen, jetzt sind die nicht ganz symmetrisch, aber ja. Mir fehlt hier noch so ein bisschen der Modder, der kann das ja machen, der ist jetzt neu. Der kann ja hier mal einfügen, dass man beim Ziehen sieht, wie groß das ist. Da muss man nicht immer nachzählen. Da kann man ja in dem Maustager dran schreiben. Wie wäre es? So, kramen wir hier auch noch. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwo mal die Kavernen oder sowas sind. Ich hoffe nicht. Und hier packe ich halt Hedgecover drüber. Auf jeden Fall hier oben. Ne, Doors. Steel Hedgecover. Ich habe noch sechs Stück gemacht. Hier unten ist keiner runtergeschmissen worden. Ist okay für mich. So einigermaßen. Das hier hat noch nicht funktioniert. Hier laden. Prepare to Fire. Mach mal. Vielleicht klappt das ja. So, wie sieht es hier aus? Hier tut sich auch erstaunlich wenig. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie hier zumindest mal was hinbringen. Aber tun sie nicht. Obwohl das eingestellt ist. Take items from here. The selected stockpile will take items from here. Food stockpile. Von dem food stockpile 14. Nimmt der. Das ist ja okay. Was war nur bei DF-Hack? Diese Markierung, wie groß ein Feld ist oder wie? Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass das irgendwo mal gewesen wäre. Aber die Frage wäre, wie ich hier jetzt gleich graben muss. Aber ich gucke. Ich möchte eigentlich hier ein bisschen mehr aufbauen sozusagen. Dass ich hier vorbereitet bin, falls da ein Vieh kommt. Und das hätte ich halt gerne. Aber bis jetzt ist hier überhaupt noch nichts an Vorbereitung passiert. Habe ich hier irgendwo eine Tür zugelassen oder so? Nee. Die sind alle offen. Also. Macht. Du machst auch. Am liebsten hätte ich hier dieses Teil hier noch. Aber das kann ich halt mal rausholen. Das Problem ist, wenn ich die Tür aufmache, rennt halt relativ sicher schnell raus. Dann muss ich warten, bis er ein Job anfängt. Und dann kann ich jemanden reinschicken. Praise. Wofür ist Praise? Siltstone? Gerade mal weiter. Wo ist denn mein Praise? Hallo? Die Steine kann man für gar nichts benutzen. Hier kann man Lehm-Sache mitmachen. Siltstone. Siltstone ist auch so ein Billow-Zeug. Aber wahrscheinlich relativ festes Gestein. Lignite, das ist gut. Das kann ich wieder zu Kohle machen. Beziehungsweise wird das so eine Art Steinkohle sein, oder? Ach, hier. Rough Praise. Das ist einfach irgendwie so ein Stein. Ah, das schreibt er gar nicht dran, was man genau damit macht. Das ist einfach ein Edelstein. Okay. Ja, du brauchst eine Steel Bar. Low Level Gems, ja. Ich brauche Steel Bars, Leute. Dafür brauche ich... Hier ist Meldleimanite Ore. Das ist ja okay. Das habe ich. Pick Iron. Hier ist Steel Bars herstellen. Was ist da noch nicht erfüllt? Pick Iron Bars sind nicht erfüllt. Er braucht mindestens 10 Pick Iron Bars. Wo sind die Pick Iron Bars? Ah, er hat übrigens mal einen Ballista Arrow hergestellt. So, liebe Pick Iron Bars, da seid ihr 15 von 20. Ich drehe mal die Anzahl ein bisschen hoch. Vielleicht sogar auf 30. Das scheint ja echt ein Bottleneck zu sein. Refined Coal fehlt hier mir immer noch. Pick Iron Bars weniger als 20. Ah, okay, deswegen stellt auch keine her. Stell mal 30 her, wenn du weniger als 30 hast. Iron Bars größer als 20. Flugstone größer als 20. Das stelle ich auch auf 30. Damit du auf jeden Fall genug hast. Und dann nicht nur einen Drop anfängst, den du nicht benden kannst. Aber Refined Coal, das hat er halt immer noch nicht. Ich verstehe das nicht. Komm schon. Ja, wahrscheinlich benutze ich jetzt überall die Kohle halt. Jetzt habe ich immer noch zu wenig Kohle. Das kann wirklich nicht sein. Ich glaube, ich muss mehr Leute dafür abstellen. Das ist einfach ein Scherz. Das geht einfach nicht. Das ist einfach zu wenig. Ich meine, die sind jetzt wahrscheinlich noch nicht so lange am Arbeiten. Ja, okay, der macht auch noch andere Dinge. Kann ich hier einen bestimmten Job nur reinhängen, dass er das andere gar nicht macht? Aber McCoke, McCoke, McCoke und einmal Steely Bar dazwischen. Das sollte ja wohl gehen. Das ist ja okay. Ja, sonst kommen hier unten noch mehr Job. Irgendwie Furnace Operator oder so ist das doch bestimmt, oder? Rust Melter Operator. Ich vermute mal Furnace Operator. Jetzt gucke ich mal nach, was für einen Job du so machst. Make, pick, iron bar. Das ist ja okay, aber Skill. Was davon ist es? Hier, Furnace Operator. Ich vermute mal, das ist Furnace Operator. Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Ich denke mal Furnace Operator. Weil es ist halt ein Smelter. Im Grunde ist es ja kein Furnace, aber... Nicht, dass die jetzt von dem Wood Furnace rübergegangen sind und deswegen jetzt... Aber Dabbling. Ich vermute, das ist Furnace Operator. Was anderes gibt es glaube ich auch nicht, oder? Ne, 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 das wird es schon sein. Ich nehme mal Furnace Operator. Oh Gott, hat er das jetzt gemacht? Achso, Custom Detail 4. Oh Gott, habe ich da jetzt zu viel drauf geklickt? Was bist du denn jetzt hier? Gar nichts. Hadda, Furnace Operator. So, Custom Detail 5. Das kann ich auch wieder löschen. Habe ich einmal zu viel geklickt. Also, dann Furnace Operator. Hi Master Furnace Operator. Und 6 macht der. Und jetzt weiß ich halt nicht, welche 6 das ist. Wahrscheinlich Animal Care oder so. Wahrscheinlich Animal Care. Ja, also Furnace Operator. Du bist auch ein Furnace Operator. Und 3. Ich weiß halt eigentlich, welche 3. Das wäre auch schön, wenn du das hier anzeigen würdest. Ach, Work Detail. Tour Work Detail. Ja, toll, Tour Work Detail. Zeig doch an was. Expert Furnace Operator. Der Duke, ja. Der Duke könnte eigentlich mal das Howling lassen und soll dann... Ne, Furnace Operator brauche ich eigentlich nicht mal. Weapon Smith, auf gar keinen Fall. Proficient Furnace Operator, ja, ja. Ich müsste eigentlich mal die gesamten Worklisten hier durchgehen und das alles bereinigen. Ich meine, ich habe das mal in der Free-Version gemacht. Da habe ich alles komplett neu aufgeräumt. Dann ist das Fort zusammengebrochen. Weil dann meine Aufteilung anscheinend nicht wirklich funktioniert hat. Und dieses total chaotische, das... Irgendwann pendelt sich das halt ein und funktioniert dann. Aber wenn man alles versucht wieder zu resetten und komplett neu aufzubauen, dann ist alles vor die Runde gegangen. Skilled Furnace Operator. Hm, am liebsten hätte ich was. Ah ja, so einer. Der macht halt entweder Mining oder dieses Furnace Operator. Armorer, na, mach mal. Du machst sonst gar nichts, dann macht das halt auch, dass ich mal ein paar mehr da hinbekomme. Sonst baue ich noch weitere Furnaces auf, dass ihr da einfach mal an den Start kommt. Ich brauche mehr Furnaces. Jetzt ist die Frage, ob halt der Platz gut ist, aber ich kann immer noch unten weitere bauen. So sehe ich das halt. Kommen jetzt hier welche hin? Mudstone Blocks. Ich meine, ich könnte unten nochmal so eine komplette Metallverarbeitung nochmal hinsetzen. Also hier zum Beispiel könnte ich ja komplett so Metalldingen hinbauen. Aber jetzt baue ich das erstmal oben weiter auf, gucke, dass es funktioniert. Und dann baue ich unten das nochmal. Dann kann ich auch überlegen, ob ich sowas hier abbaue und dann mehr Holzlager hier hinmache oder irgendwas in der Richtung. Apropos Holzlager. Ich könnte... Das wird auch nicht voller hier. Ich wollte gerade das Holzlager erweitern, aber voll ist es immer noch nicht. Die wollen mich einfach trollen. Das ist ja auch ein Holzlager hier. Naja, sollen sie erstmal machen. Roten Table ist fertig, sehr gut. Dann könnte ich auch mal bei den Nobles gucken. Anvil. Ja. Iron Anvil machen wir einfach mal direkt hier. Dass das schneller geht. Dotter Lee stellt sich den Auftrag mal so langsam ein. Make Steel Bars. Genau, da kommen die Steel Bars. Du hast gerade keinen Task. Okay, aber Steel Battle Access. Ja, okay. Weg, weg. Weg, weg und weg. Und du bist ja immer noch zugewiesen, oder? Make Steel Statue. Ja. Ist okay. Basilisk macht hier die Statuen. So sieht das aus. Aber diese Battle Access sind halt auch nicht gut. Ich weiß nicht, wer die jetzt da gebaut hatte. So, da bauen sie auch auf. Der Basilisk, der baut hier schon echt gute Sachen. Also. Oder vielleicht ist das ein anderer Skill für die Statue? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Irgendwann bist du gut. Pro Gamer. So, jetzt haben sie das auch aufgebaut. Da können hier halt auch Jobs rein. Ich könnte auch einfach von Hand hier nennen. Achso, jetzt hat er schon welche eingestellt. Jetzt stelle ich hier auch noch welche ein. Endlos. Auf geht's. Mach einfach. Was machst du mit dem Holz? Make Wooden Cage. Ja, gut. Ah, okay. Jetzt ist endlich mal geschlachtet worden. Das ist ja auch schön. Hab ich ja nicht schon getradet? Ich sollte mal traden, oder? Ei, ei, ei. So. Erstmal das, was ich haben will. Aber sie haben mal mehr Bars mitgebracht. Steel Bar. Ja. Peak Iron Bar. Ich glaube, ich nehme einfach alle Bars. Komm her. Champs sind mir egal. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass irgendeiner durchdreht und mal ein bestimmtes Material haben möchte, was ich nicht habe. Deswegen nehme ich dann gerne alles. Und das habe ich jetzt auch schon zehnmal gesagt. So, so Seile bauen ich. Ja. Von euch noch mehr. Ich habe eigentlich schon so viele, aber ist okay. Musikinstrumente, das wäre noch schöner hier. Ich meine, ich könnte noch mal Musikinstrumente geben. Hat das irgendwelche Nachteile? Die können sie theoretisch auch selber bauen. Ich meine, da können die die vermissen, aber wenn die die ganze Zeit Musikinstrumente haben, dann vermissen sie die auch nicht. Iron Mini Forge. Ja, noch mehr Hunde kaufen. Haben sie nicht dabei. Achso, das hatte ich den Menschen gesagt, dass sie Hunde mitbringen sollen. Ah, das ist okay. So, Alkohol. Kaufe ich gerne, auch wenn ich eigentlich genug habe. Ich kaufe es trotzdem gerne. Macht die Lager ruhig voll. Ach, hier kommen denn alles. Macht die Lager einfach voll. Buckets. Sind da ein paar schöne dabei. 1.947 Euro, das kaufe ich. Das kann ich auf dem Pedestal draufstellen. Das muss ich mir aufschreiben. Das kann ich mir eventuell auf so einem Pedestal stellen, dann hat der Raum 1.900 Euro mehr Wert. Also, wenn ich schon keine Artefakte bekomme, dann mache ich das. Steel Crossbow. Ach, die baue ich mir selber, wenn ich die haben will. Soll ich mir noch solche Pickaxes kaufen? Why not? Wenn die aus Stahl sind, warum nicht? Sowas hier könnte anziehen. Ich meine, die Dinger habe ich auch unendlich viele davon. Vielleicht sehe ich mal irgendwann irgendjemand damit rumlaufen. Ich habe immer Angst, dass die Zwerge so halbnackt rumlaufen, dass es mir schon mal passiert, dass ich nicht genügend Kleidung hatte. Steel High Boots. Bräuchte sie selber nicht erstellen. Iron High Boots sind gerade ausgerüstet. Ja, kauf ruhig. Steel Shield. Ne, baue ich mir bessere Qualität selber. Iron Helm kaufe ich mal, weil einige ohne Helm rumlaufen, wobei ich habe relativ viele hergestellt. Vielleicht nimmt er den dann ja mal, weil das ein anderer hergestellt hat. Wer weiß. So, Sand. Dwarven Weed. Sugar. Ah, das kann man alles nehmen. Quick Climb. Ich nehme mal ein bisschen einfach querbeet. Ohne jetzt speziell zu wissen, ob ich es brauche oder nicht, aber das finde ich dann raus. Plump Helmets spawnen. Immer gerne. Roter Sand. Schwarzer Sand. Ich wollte noch schwarze Fenster machen. Noch mehr Plump Helmets. Ah, ist doch gut. Wenn ich so Seeds kaufe, dann geht das ja. Da sollte auf jeden Fall auch mehr als ein Seed drin sein. Kaufe ich mal. Plump Helmets spawnen 20. Habe ich da welche ausgelassen? Oder nicht. Ne, sieht ganz gut aus, oder? So. Ich bin mal ganz kurz AFK gleich wieder da. Wobei. Ah, jetzt kann ich nicht speichern. Dann bin ich danach AFK. Amulette. Nein. Nein. Wobei, wenn ich so ein Amulett kaufe, trägt das... Ne, ich kann auch selber erstellen. Iron Bowls für meine Truppen. Ich kann eigentlich alle möglichen Bowls kaufen. Die verballern die leider auch im Training. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie ich die... King Kruber... Würde mein König die tragen vielleicht. Wobei, ich baue ihm lieber eine Stahlkrone, wenn ich sowas haben will. Hier ist Steel Anvil. Die sind doch verhältnismäßig günstig. Die kann ich einschmelzen. Ja. Meat habe ich so ungefähr gar nicht. Obwohl ich doch jetzt schlachte gerade. Ich kaufe einfach mal ein bisschen. Kann ich es wieder verkochen. Nicht, dass mir Essen fehlen würde, aber... So, sind da noch andere interessante Dinge. Die Plumpe Helmets kaufe ich auch alle. Davon kann man nie genug haben. Diese Früchte hier und Blätter und was es da so gibt. Auch. Ehe, Früchte. Mal gucken, welcher Zwerg sich an was gewöhnt. Und die dann... Thread. Welchen Wert habe ich denn jetzt? Value 24.000. Hosen habe ich viele. Backpacks. Backpacks für mehr Backpacks für mehr Soldaten. Käse. Kauf alles. Pack's auf den Stockpall. Wobei ich stelle dir inzwischen auch Käse selber her. Kodizis auch bitte. Wow, für 2.000. So, jetzt habe ich einen Gesamtwert von 34.000. Und jetzt gucken wir mal. Zu meinen Bins. Ne, die Iron Bars auf jeden Fall nicht. So, da sind halt Rucksäcke bei. Flask will ich auch behalten. Ja, wie viele Rucksäcke ich habe. Also im Grunde brauche ich keine kaufen. Also, aber ja, ich mache es trotzdem. Ja, 1.400. Wird wohl hauptsächlich das sein, was ich loswerden will. Jetzt verkaufe ich denen ein paar Rucksäcke und ein paar kriege ich zurück. So, die Iron Bars, die behalte ich auf jeden Fall. Die sind praktisch wertlos. Aber ich möchte die gerne haben. Dann kann ich Stahl rausmachen. So, und dann auch 1.300. Oh, und dann muss ich doch Essen verkaufen, glaube ich. Damit ich auf den Gesamtwert komme. Aber ist ja okay. Also 1.400. Noch geht das ja mit dem Essen, so die Iron Bars. Gut, dass die wenigstens Sorten rein sind. Jam Bin, ja. 10.000, zack. Finish Goods. Finish Goods. Sind halt alles nur Rucksäcke. Einer kostet 2.579. Albatross Leather Backpack. Muss ich mir aufschreiben, das packe ich auch auf dem Display. So, das kann ich wunderbar auf dem Display packen. So, die Iron Bars behalte ich auch. Ja gut, da muss ich echt mal Essen abgeben. Aber ja, damit habe ich den Wert dann relativ schnell erreicht. So, 15.000. So, jetzt ist es im grünen Bereich. Ja, das ist das eine Item, das ist das eine Backpack, was so teuer ist. So, jetzt verkaufe ich denen das hier und dann, ja. Mal gucken, wie die Menge an Essen runtergeht. Mit 4.891 habe ich. Ja, extatisch. Kann ich weiter traden? Sieht fast so aus. 4.891. So, jetzt lasse ich die Zeit laufen. 4.367, ja, ja, ja. Also ich habe so über 500, etwas über 500 habe ich weggetradet. Ja, ist okay. Dann mache ich einfach neue. Ich hatte 4.891, bin auf 6.367 hochgegangen. Ja. Weil das alles als Food zählt. Hm. Ich habe ja auch die Fässer da gekauft. Ach, das Backpack hat ein Item drin. Ach, das kann auch noch sein. Ich dachte, das Backpack liegt schon in einem Bin und kann dann kein Item mehr drin haben. Ah. Okay, dann müsste ich mal gucken, was für ein Item da drin liegt, oder? Mal gucken. Geht das raus? Das zählt bestimmt nicht als Backpack, oder? Nein. Oh, Korps. Jede Menge Korps. Wahnsinn. Da ist es. Albatross Leather Backpack. Das müsste es doch gewesen sein. 2.579. Ach, das... Das Essen drin. Ach, schade, schade. Ah, ja, ja. Aber daran liegt das halt. Ja, gut. Wie kommt ihr hier zur Rande? Slaughter. Das wird schon alles abgeholt. Das ist gut. Render Fett wäre natürlich auch nicht schlecht. Wobei Render Fett... Okay, das ist hier eh drin. Na gut. Einfach weiter. Ja, die werden jetzt hier die Stockpiles halt wieder voll machen. Das finde ich ja gut. Das möchte ich ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gekauft. Aber so ist das. Ah, hier ist der Duzim übrigens. Jetzt ist früher Herbst. Ich möchte ihn jetzt halt nicht rauslassen. Ich lasse ihn im Frühling raus, wenn ich dran denke. Was hat denn der Duzim? Ist der traurig? Kann ich jetzt gerade so nicht sehen. Weil der unter Adder wahrscheinlich ist, oder? Da ist er in der Visitor caged. Heißt das, dass er am Verungern ist? Hast du eigentlich noch Items? Ja, du hast deine Ausrüstung. Ja, ich lasse dich mit der Ausrüstung raus. Du hast ja keine Waffe dabei. Ist okay. Damit baue ich dich auf und dann lasse ich dich raus. Apropos raus. Wie sieht das mit dem Turm aus? So, den baue ich jetzt noch. Und dann speichere ich ab. Famous last words. So, ich hoffe, es klappt. Shale Blocks all. Shale Blocks all. Ja. So, kann ich dieses Innere auch schon platzieren? No access. Ah ja, okay, kann ich nicht. Okay, dann. Just one more turn. Ja, so sieht das aus. Oh nein, das ist Hulini. Dieses Spiel ist echt, das ist schon echt fantastisch. Noch eine kleine Sache, noch eine kleine Sache. Dann lasse ich auch die Zeit weiterlaufen. Und dann stürzt es ab. Jetzt hat die auch schon gemacht, dass ich einfach zwei Stunden lang nur Befehle gegeben habe und die Zeit überhaupt nicht habe weiterlaufen lassen. Und dann habe ich die Zeit weiterlaufen lassen. Dann ist gar nichts passiert, weil die Zwerge einfach völlig überfordert waren. Das ist dann so langsam weitergegangen. So, hier kommt der Jet hin. Also es müssen halt auch Zwerge da sein. Ich meine, ich bin jetzt bei knapp unter 200. Das hatte ja Zivilisation 2, hatte das Thema ja auch mit dem one more turn. Es fühlt sich schon ein bisschen rundenbasiert an, muss man sagen. Warum sieht denn die, warum sieht denn der Boden so komisch aus? So, war das vorher auch schon so? Ramp. Ich habe was Falsches ausgewählt. Oh, oh, oh. Das, wie ist das denn passiert? Habe ich mich da so vertan? Na gut. Achso, ich habe hier auf Ramp geklickt, das stimmt Floor. So sieht es doch besser aus. All. 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 So, und wenn das steht, dann könnte man theoretisch schon die Wände anfangen, aber ich baue glaube ich, das ist hier in der Mitte auch noch fertig, dann fallen die auf jeden Fall nicht runter und nichts. Ist von Sif genau, one more turn. So, jetzt speichere ich ab. Das will ich nicht verlieren. So, ganz kurz AFK, gleich wieder da. Okay.